Herzlich willkommen zu diesem neuen Video über Farmerker Pro Entwicklung. Mein Name ist Carsten Risseu und ich entwickle Farmerker Datenbanken und in diesen Videos zeige ich Ihnen bestimmte Funktionen vom Farmerker, wie man sie besser löst. In dieser Ausgabe geht es um den Script Debugger. Die ist nämlich standardmässig drin, wenn man Farmerker Pro 17 kauft. Das ist nämlich ab sofort nur noch erhältlich aus der 17 Pro Advanced Version. Und das Wort Advanced oder fortgeschritten heisst nichts anderes, als dass dort bestimmte Entwicklerfunktionen enthalten sind. Jetzt aber sind die also dabei und wir gehen gleich weiter und zeigen, wo man die findet, wie man sie aktiviert und dann geht es direkt zum Script Debugger. Ich habe jetzt Farmerker Pro Advanced gestartet. Ich sehe das hier links oben und die Advanced-Funktionen, die finden sich allesamt unter dem Dropdown-Menü Werkzeuge. Wenn ich das aufklappe, dann finde ich hier den Eintrag Script Debugger, Debugging Steuerelemente, Datenanzeige, angepasste Menüs, ein Datenbank Design Report, was allerdings erst erscheint, wenn ich eine Datei geladen habe und dann die Entwicklungswerkzeuge, womit sich Runtime-Versionen erstellen lassen. Also diese ganze Auswahl an Werkzeugen, die ist in der aktuellen Version von Farmerker Pro 17 nicht standardmäßig oder nicht immer sichtbar. Man kann diese Sichtbarkeit ein- oder ausschalten und wer also diese Werkzeuge nicht sofort sieht unter Farmerker Pro 17, die kann sie einschalten. Und zwar unter Farmerker Pro Advanced, bei den Voreinstellungen, dort im Abschnitt Allgemein, ganz unten unter Anwendung, die Funktion Erweiterte Werkzeuge verwenden. Also sollte das nicht aktiviert sein, dann werden einfach diese Werkzeuge, dieses ganze Menü mit Entwicklerwerkzeuge ausgeblendet und kann nicht verwendet werden. Also sollte es fehlen, können Sie es hier aktivieren, klicken OK und Sie müssen dann Farmerker Pro noch einmal neu starten, damit diese Werkzeuge hier oben auch sichtbar werden. Das ist so der Einstieg. Wir werden uns jetzt direkt mit dem Script Debugger befassen und dazu eine weitere Datei öffnen. Ich habe jetzt eine kleine Beispieldatei aufgemacht. Die Datei selbst hat gar nichts zu tun mit dem Thema von dieser Ausgabe. Es ist einfach eine Datei, anhand dessen ich ein Script zeigen möchte und das Script dann mit dem Script Debugger etwas näher auf die Pelle zu rücken. Also es geht hier einfach ganz konkret nur um eine Datumsroutine. Ich kann hier 0104 schreiben und sobald ich dann die Tabulatortaste drücke, wird das ergänzt um die aktuelle Jahreszahl. Und es wird dann gleich noch in einem Webviewer, noch in Wikipedia, die aktuelle Jahreszahl abgerufen. Ganz wichtig ist das nicht. Es ist eine ganz einfache Lösung und wir schauen das jetzt gleich bei den Scripts an. Und von den Scripts gehen wir dann weiter zum Script Debugger. Wir wechseln jetzt zum Script Arbeitsbereich. Das kann ich entweder über Ablage, Verwalten, Scripts erreichen oder über die Tastaturkürzel Shift, Befehl und S oder allenfalls im Dropdown-Menü Scripts den Script Arbeitsbereich. Hier gibt es jetzt ein Modul, das Modul DateRoutine. Das ist aufgebaut einfach wie ein FileMaker-Modul und dann ist darin nur ein Script sehr wichtig. Das ist dieses Script hier und dann gibt es einen relativ kleinen Ablauf von hier bis hier. Das ist das ganze Script und es ist nicht wichtig, was es genau tut. Das kann man nochmal anschauen. Ich werde das Modul jetzt einfach auch freigeben für die Abonnenten von Come to Publish. Es gibt hier in diesem Ablauf verschiedene Schritte. Die müssen ausgewertet werden. Es gibt Berechnungen, es gibt Entscheide, wenn, dann und so weiter. Und das ist etwas, das man langsam prüfen möchte. Also wenn irgendetwas nicht läuft im Script, dann muss man das auffinden können. Dafür ist der Script Debugger gedacht. Den kann ich abrufen hier über das Menü Werkzeuge. Und der Script Debugger erscheint in einem eigenen Fenster, hat auch verschiedene Knöpfe darin. Das Feld ist aber noch leer. Das ganze Fenster zeigt noch kein Script an, weil noch kein Script läuft. Und es gibt verschiedene Arten, wie man ein Script aufrufen kann. Das schauen wir im nächsten Video an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.